Microsoft Publisher Gestaltungsregel 3 Struktur Wir haben diesen Flyer hier bereits einmal gebüschelt. Wir haben den Text gekürzt, wir haben eine leserliche Schrift genommen und wir haben jene Textteile zueinander gesellt, die zusammengehören. Das sah nachher so aus. Hier die drei Teile, Rot das Erste, Blau das Zweite, Violett das Dritte und zusätzlich vielleicht noch eine Information, was denn überhaupt das Rothaus ist. Beginnen wir mit der Struktur. Wir haben den Text von Word hier in den Publisher kopiert und haben ein einzelnes grosses Textfeld erhalten, haben eine Schrift genommen, Century Gothic, Größe 20. Nun nehme ich die einzelnen Teile wieder auseinander. Ich markiere einmal den ersten Teil, das soll der Titel werden. Ich packe den, stelle das hier wieder daneben. Es entsteht sofort wieder ein Textfeld. Ich platziere das mal irgendwie hier oben. Das nächste ist das Essen und die Musik. Ich markiere das, packe es, lasse es hier wieder los. Auch das ist ein weiteres Element, ein Objekt. Und damit man die Objekte nun besser sieht, schalte ich hier oben bei Ansicht noch die Begrenzungslinien ein. Dann sehe ich die einzelnen Textfelder. Das Dritte ist die Reservation. Ich markiere es, lasse es hier wieder los. Und das Letzte, die Information zum Rothaus, das lasse ich mal hier stehen. Das war es schon. Wir haben strukturiert. Es geht weiter mit der Regel 4. 1. 1. 2. Vielen Dank.